so und damit sind wir auch schon bei der dritten folge vom minecraft mega projekt angekommen und wir waren in der letzten folge hier stehen geblieben und haben quasi hier das dorf jetzt noch mal gefunden es war wirklich auf der rechten seite quasi von der karte und wir waren jetzt hier drin und haben quasi immer hier ein bisschen das invatar gefüllt es war eine schmiede da und jetzt können wir eigentlich schon anfangen die erste höhlentour so richtig zu machen hier ist auch ja schon direkt sie ist direkt eine fette höhle eigentlich das heißt wir haben eigentlich alles perfekt hier was wir brauchen jetzt bauen wir den ersten baum ab und ich glaube ich habe die kiste abgebaut ja das heißt wir suchen uns gleich mal ich baue jetzt kurz hier noch das holz ab dass ich mir meine spitzhack und so machen kann ich hoffe es ist hell genug aber ich glaube man muss eigentlich alles erkennen können das sollte eigentlich alles funktionieren ich glaube dunkel müsste es nicht sein ich meine in den vorherigen videos wo ich sonst auch immer über mich gemacht habe oder so da ging das eigentlich auch immer mit der helligkeit im in den höhlen ich kann mal gucken ob ich das gamma ein einstellungen grafik ist auf ganz hoch wolken können wir an machen weil ich meine wir sind im survival da kann man wolken anmachen da sieht das auch noch mal ein bisschen besser aus machen wir die wolken auf jeden fall mal an so dann bauen wir noch hier den baum ab weil er gerade hier so schön da steht und dann können wir auch schon in die erste höhle quasi gehen das glaube ich gar keine so schlechte idee natürlich könnte ich das jetzt auch noch mit einer axt machen aber das wäre ein bisschen verschwendung so holen wir uns wir wollen uns glaube ich am besten gerade hier das haus weil das halt so das größte haus sage ich jetzt einfach mal da kann man alles ordentlich hinstellen können wir alles reinmachen was wir nicht brauchen das brauchen wir nicht also essen brauchen wir eigentlich erstmal alles gar nicht karte nehme ich mit holz nehme ich auch auf jeden fall was mit aber nicht alles ich mache mir auf jeden fall mal eine spitzhacke ja gut das können wir komplett verarbeiten eigentlich müssten wir die werkbank mitnehmen holz dass das schwert brauchen wir glaube ich auch nicht nur falls wir eine mine finden aber wir machen das erstmal so ich nehme eigentlich die werkbank auch noch mal mit ja wir können uns eigentlich doch ein schwert machen aber erstmal nur ein holz schwert das reicht glaube ich fürs erste weil ich mein werkbank nehme ich halt mit wer es nicht man die villager geh weg lass mich in ruhe äh bett brauche ich jetzt erstmal nicht das hole ich mir dann wenn wenn ich noch mal von der tour zurück bin auf jeden fall oder soll ich oder kommen wir machen jetzt in der folge machen wir vielleicht doch noch keine höhlen holen uns jetzt einfach erstmal ein bisschen essen und alles denke ich mal das ist glaube ich auch keine so schlechte idee ich töte jetzt einfach hier alles was hier rumläuft dann müssten wir auf jeden fall schon mal ein bisschen essen haben dann müssen wir uns auch erstmal darüber keine sorgen machen dann haben wir auch ein bett und alles und das sollte dann eigentlich alles funktionieren dann machen wir in der folge jetzt auch noch keine höhlen tour als ein baby scharf hat er das war nun aber ein eis auch nicht schlecht ich dachte dass wir ein baby schafft gewesen und wir haben ein level und jetzt auch noch eine kuh da ist das ist das ein lama ja das ist ein lama hallo lama in der nacht so das schwein wird getötet dann davon ist auch noch und da sind ganz viele schweine nice das ist nice und noch ein lama kommen stirb manchmal sparen halt so richtig große herden von schwein oder von sonst was war es halt immer nice wenn man halt große herden hat die lamas droppen ja nix glaube ich ne schwarze schafe will ich nicht die rassentrennung streckte rassentrennung hier so dann ist das noch esel hier ist ja alles vertreten ich hab mir ja wirklich alles was alles an tieren was man eigentlich in minecraft finden kann so ziemlich schon fast und was ich jetzt auch noch gut finde das es ist ja glaube ich jetzt bald nochmal die minecon und wer war das halt der der chef jetzt von mojang der hat er jetzt vier neue mobs quasi vorgestellt und da können wir uns mal noch die setzlinge und alles holen der hat jetzt vier neue mobs vorgestellt ich weiß nicht ob ich das schon mal irgendwo in einem anderen video gesagt habe aber auf jeden fall die minecraft community kann jetzt glaube ich im zeitraum der minecon quasi darüber entscheiden welches neue mob wir haben wollen wir können glaube ich zwischen einem zwischen zwei unterwasser mobs uns entscheiden ich glaube das eine war sogar noch verbrochen oder sowas dann gibt es noch glaube ich einfach ein ganz normales tier ich glaube das war irgendwas mit krokodil oder sowas in der reptile irgendwas wird wahrscheinlich schon im dschungel vertreten sein oder ein neta mob und ich würde hoffen also ich hoffe natürlich dass viele quasi für das neta mob ja doch neta mob stimmen weil das neta ist einfach halt so eine dimension die ein bisschen herausfordernd ist und wenn die jetzt irgendwie noch so ein härteres mob kriegen oder so dann wäre das glaube ich schon ganz nice also der neta könnte es eigentlich heißt der neta das neta ich weiß es nicht auf jeden fall das neta könnte eigentlich so ein neues mob glaube ich mal ganz gut vertragen das gibt dem auch noch mal so einen kleinen pep irgendwie vielleicht auch noch irgendwie neues item da rein komplett ins spiel einfügen dass irgendwie was bestimmtes machen kann irgendwie ich weiß nicht vielleicht irgendwie so irgendwas dass man vielleicht auch im survival richtig selber fliegen kann das wäre irgendwie auch mal was aber wie gesagt das liegt dann jetzt an den ganzen leuten an den ganzen an der ganzen community wie die das dann machen wie die abstimmen ich meine ich kann glaube ich selber auch abstimmen aber oder ich weiß nicht wo die das machen oder auf jeden fall aber twitter habe ich nicht das war auf jeden fall irgendwo auf twitter hat er das glaube ich gezeigt oder angekündigt ich mache mir mal noch ein schwert und das werden wir dann einfach sehen wie gesagt spätestens in der als es kommt jetzt die 1.13 spätestens der 1.14 denke ich mal werden wir das sehen oder vielleicht auch sogar schon in der 1.13 man weiß es ja nicht weil es kommen jetzt noch mal snapshots raus und je nachdem wie lange das halt dauert aber meistens ist es so wenn die snapshots rauskommen dann dauert es nicht so mega ewig bis da noch mal was neues kommt meistens sind sie auch immer nur so kleine änderungen irgendwie so bug fixes oder sonst irgendwas anderes in der art und ja eigentlich ist das auch immer recht gut aber wie gesagt ich finde minecraft ist eigentlich jetzt schon ein ziemlich komplettes spiel an sich aber es wäre auf jeden fall cool wenn die noch vielleicht sowas rein machen würden wenn sie beim ende irgendwie ich weiß nicht da man könnte wenn man ins ende reingeht könnten die vielleicht noch so machen dass man irgendwas mit magie irgendwas mit magie kriegt finde ich ich finde irgendwie minecraft braucht noch irgendwas mit sowas magisches irgendwie sowas richtig magisches jetzt nicht tränke sondern tränke ist ja eigentlich nur was was man ganz selten jetzt im survival unbedingt benutzt vielleicht benutzen wir das mal wenn man gerade irgendwie in die lava gefallen ist oder sowas als als ich mir jetzt noch so halbwegs größtenteils vorstellen könnte aber ansonsten benutzt man die tränke jetzt nicht so krass im survival die benutzt man halt mehr für pvp oder halt wenn man sowas wenn man adventure maps macht irgendwie oder irgendetwas so was möglich ist auf jeden fall in der art aber jetzt nicht so zwangsweise im survival deswegen finde ich sollten die irgendwie es gibt ja diesen ich weiß nicht wie der mod heißt äh das mit diesen ganzen zauberstäben und diesen dass der verzauberungstisch quasi noch so eine extra leiste bekommt irgendwie das wäre zum beispiel auch was geiles muss ich sagen also da würde ich mich auf jeden fall nicht beschweren und auf jeden fall könnte minecraft auch noch irgendwie eine neue dimension vertragen irgendwas härteres wo nochmal so ein boss irgendwie weil ich meine der wizard an sich ist kein starker boss jetzt der ist jetzt nicht so wie der endertrache der jetzt so mega heftig ist ich meine man kann den wizard eigentlich recht leicht besiegen erst war so mittelmäßig zu bekommen man muss halt ein bisschen farmen für die äh wizard köpfe aber ansonsten dann die materialen halt deren sälen sind zu bekommen der ist das ja nicht schwer den findet man ja wie sand am meer im nähter deswegen ist das glaube ich halt nicht so ein heftiger boss und der äh boss in den ozean monumenten finde ich jetzt auch nicht so heftig der ist ja tier schwertschärfe 5 mit 3 hits weg oder so also das ist ja kein boss in dem sinne das ist halt nur so ein kleiner wie heißt das ein mini boss das ist genauso wie auch jetzt mit den äh wie heißen sie den zauberern sind das zauberer ja auf jeden fall mit den äh bossen in den waldanwesen da ist es ja auch nicht anders die sind genauso schnell weg das sind auch wenn du ein tier schwert ein stinknormales tier schwert hast dann sind die auch two hit oder so sind die dann glaube ich weg das ist ja in dem sinne kein richtiger boss kampf ich meine er kann halt ein bisschen mit diesen komischen äh was was wie kann ich das nennen wie habe ich das in dem video genannt ich weiß schon gar nicht mehr mit diesen greifzangen nenne ich es jetzt einfach mal mit diesen ähm mit diesen zähnen zähnen ne genau sind zähne wir nennen es einfach zähne kann er ja quasi so eine kleine attacke machen die eigentlich auch wenn man davon getroffen wird was eigentlich nicht so mega wahrscheinlich ist es so 50 50 eigentlich wenn jetzt sogar noch weniger weil ich meine wenn du hoch springst dann kriegst du davon auch schon keinen schaden und ich meine er kündigt ja diesen angriff an und wenn er den angekündigt hat dann macht er den auch in die richtung das heißt wenn du dann zwei blöcke nach neben dran gehst dann trifft dich das schon gar nicht mehr deswegen äh ist das jetzt nicht so heftig dass man das sagen kann ja da hat man keine chance irgendwie deswegen finde ich sollten sie irgendwie noch eine neue dimension vielleicht sollten sie so eine dimension irgendwie so den himmel irgendwie so den himmel als dimension irgendwie hinzufügen wo man dann irgendwie gegen keine ahnung was weiß ich was gibt es denn im himmel irgendwie vielleicht dass es da irgendwie auch einen boss gibt ich weiß ja nicht dass man gott besiegen muss keine ahnung aber auf jeden fall irgendwie noch so eine neue dimension irgendwie jetzt muss man überlegen was könnte man da was könnte man denn da dazu machen auf jeden fall hier ist auch wieder eine geile schlucht aber jetzt äh von den tieren habe ich jetzt eigentlich noch ich meine jetzt haben wir von jedem so um die 20 stück das ist eigentlich schon mal recht gut sollte eigentlich auch fürs erste reichen das heißt wir können jetzt eigentlich doch schon mal noch ein bisschen anfangen in die höhle zu gehen aber größtenteils ich gehe am besten noch mal da vorne in die höhle von von unserem dorf hier baue ich mal noch die kohle ab so bauen wir das mal noch ab dann gehen wir jetzt noch dahin so bauen wir hier auch noch die kohle ab wissen wie habe ich die musik ich habe die musik glaube ich an ich eigentlich sollte die musik an sein denke ich oder ist sie an naja ich weiß nicht wie gesagt jetzt kolle hat da einer rum so bauen wir noch hier das ab dann sind wir doch schon sechs level aber ich würde sagen ne ich glaube ich mache dann doch hier dann haben wir wenigstens so eine abgerundete folge mit einem thema und das wäre dann jetzt halt hier einmal nahrungssammlung und dann halt über das ganze was ich halt geredet habe so dann haben wir das abgebaut dann gehen wir nochmal zurück zum dorf dann ist die folge jetzt halt mal doch ein bisschen kürzer aber ich glaube das macht jetzt nicht so unbedingt was aus und dann würde ich sagen wenn die folge euch gefallen hat könnt ihr den daumen nach oben da lassen würde mich auf jeden fall sehr freuen und dann sehen wir uns bei der nächsten folge zu der höhlentour dann würde ich sagen bis dahin ciao